Die Sendung wurde live untertitelt. Jedenfalls hast du mir ein Hochzeitsgeschenk gemacht. Das Beste von allen. Eine Zukunft. Die Sendung wurde live untertitelt. Della. James, wo ist Della? Tut mir leid, Felix. Sie ist tot. Nein. Felix. Felix. Ich muss hier raus, bevor die Polizei kommt. Sag mir, wer war das? Franz Sanchez. Franz Sanchez. Der mexikanische Drogenbaron. Er vermutet, dass einer meiner Agenten sein Kartell infiltriert. Warne unbedingt. Wen? Ich brauche einen Namen. Pam. Bouvier. Hier. Die Daten sind auf einer Karte. In meinem Feuerzeug. Da vorne. Sanchez Operation ist in diesem Heimatmuseum versteckt. James. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Bleiben Sie bei Ihrer Geschichte, dann geht das. Empfangen Sie immer noch Signale? Bestätigt. Bild und Ton. Gut. Ich wechsle zu. Nur wenn... Willkommen in Mexiko, Miss Kennedy. Oder... Lieber Katyn Kennedy. Angenommen, ich entschließe mich, die US-Drogenfahndung zu hintergehen. Wie wäre es dann mit Pam? Also dann, Pam. Gehört das Ihnen. Zwei Millionen Dollar. Ich hoffe, Sie sehen die Rückgabe einer gleichen guten Willen. Eine Geste der Freundschaft, die ich aufbauen will. Das mache ich. Okay. Los. Machen wir eine Tour über meine Anlage. Dabei können wir über diese Freundschaft reden. Guten Morgen, 007. Während Agent Bouvier die Operationen von Sanchez-Cartell untersucht, müssen Sie herausfinden, ob er mit Terroristen zu tun hat. Falls ja, müssen Sie Sanchez und sein Kartell um jeden Preis neutralisieren. Und nicht vergessen Bund. Persönliche Gefühle spielen keine Rolle. Es geht um Terrorismus. Nicht um Rache. Was ist uns? Ja,가지고. Aber ist er. Ich soll es in der Recher nicht noche視聴. 薇 Ihrール? Hier, SFDR. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020